unsere schneecam teil 2 hat der akku vom handy bei der kälte auch ein geist aufgegeben ja also wir haben den ganzen tag alles mögliche gemacht in sachen wintersport und wir haben gleich noch mal einen termin oben an der rennen oder wer ist das schlitten rennbahn die machen nämlich schon gerade übungen und eins fehlt noch von ganz von allen vorschlägen das ist natürlich schlitten fahren und damit ihr alle mal so einen kleinen eindruck bekommt vom winter vom live winter hier gerade in oberhof man kann sich als flachländer gar nicht vorstellen was hier oben los ist wir haben ein wunderbares zug pferd unseren matze danke auch an dieser stelle und lad gehen eine schöne wintersaison oh gott mal gucken wie weit es geht ja super klaufen oder jetzt schreibt auch schneewäsche also es wird gewünscht also nachher euch einen schönen feierabend und nutzt es aus hier in oberhof es ist winter angesagt schaut euch das an das könnte schon der beginn eines wundervollen schneemanns sein das ist ein bisschen schnell weg er kommt wieder nein ihr sollt übrigens kein gelben schnee essen ja red frida oh die strengt er ab ich bin fertig aber leute kommt nach oberhof es ist ein winterparadies es ist so schön wir wollen auch glühwein trinken der muss eigentlich fahren ich sag mal matze 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 du fährst jetzt damen hoch leute mal wir sollen auf ja es ist das ist das ist diese das ist genau